Hallo und Willkommen zu einer weiteren Folge von Monster of Stories 2. Schaut mal was ich gemacht habe. 1, 2, 3, 4, 5. Eine gigante Eier. Leider die meisten davon nicht so leuchtend. Aber schau mal was ich hier so schönes rausbekomme. Was wir hier für tolle Monster bekommen. Eine gigante... ...Igitt. Widerlich. Naja, ein Zidoro ist ganz gut, weil Donnerzeug wäre nicht schlecht. Einen Elfenbein Lagiacus. Ein Nergigante, ja. Wieder mit 4 zu. Traurig. Nergigante, aber nächstes Mal mit 2 Plus Dingern. 3 zu. Ich weiß nicht, ob wir irgendwie was besseres bekommen oder ob wir uns damit abfinden müssen. Mit 3 Zonen gehen. 4 zu. Aber ein Regenbogen. Und ein Brachial-T-Rex. Und ich glaube, das war's. Ne, noch ein... Oh. Maximale TP. Okay. 3 zu. Ja. Ja. Ich glaube, wir müssen uns leider damit zufrieden geben. Mit diesem hier. Sonst hatten wir ja nur den da hier noch mit 3. 3, 3, 3. Ja. Ärgerlich. So was, dann machen wir da schon mal ein paar Gene rein. Fangen mit dem Kollegen an. Und... Salzwunde. Erhöht den Schaden für alle Gegner mit einem Anomal-Chatus. Oh. Ja, eigentlich will ich aber in die Mitte hier... Wir können ja die Salzwunde von woanders her holen. Aber ich will in die Mitte... Das Regenbogen-Gen reinhauen. Dass wir da einfacher an... Doppel-Bingos kommen können. Genau. Dann kriegst du noch... Die ganzen anderen ab. Na, die ganze Gen können wir verbessern. Und Selbstheilung? Das klingt natürlich mega cool. Das ist ein neutrales Gen, was schade ist. Aber warum nicht? Ich mach mir hier oben rein. Dadadada. Dann, was opfern wir noch? Schönes. Ein Gigantik-Gen machen wir dann einfach stärker. Ja, hier können wir es ja nicht reinmachen. Zack. Was hast du zu Opfern? Nochmal in der Gigante gehen. Dann machen wir das auch nochmal stärker. Warum nicht? Warum nicht? Dafür haben wir die ganzen Nergie-Gagantes. Nergie-Reacys. Und ja, ich hab das halt jetzt so gefahren, wie ich in der letzten Folge gezeigt habe. Selbstheilung verbessern. Lein zu fügen. Das ist natürlich cool. Dann hätten wir hier noch ein neutrales. Ja, neutral halt. Selbstheilung verbessern ist halt auch nicht schlecht. Wissen Sie was, das mach ich. Also, ja. Ich hab den jetzt so gefahren, indem ich bei dem Gebiet vor dem Dorf immer wieder neu hingereist bin mit Tag und Nacht. Um dann eben, ja. Und das war's eigentlich schon. Und dann halt in die goldenen Bauten rein, um da dann nach Eiern zu suchen. Erhöht maximale TP ordentlich. Hört sich natürlich cool an. Dann machen wir das. Eigentlich würde ich sehr gerne hier rein tun. Was war's, dann warten wir mit dem. Dann haben wir dich noch zum Opfern. Scharfseher. Hät Blindheit auf. Äh. Ja gut. Immerhin etwas. Immerhin etwas. Dann haben wir noch ein paar andere, wo wir mal reingucken können. Ich glaube, wir brauchen ihn erst mal auf einem höheren Level. Dann haben wir jetzt ein neues Monster im Team. Tschüss Diablos. Schön dich gekannt zu haben. Wir brauchen dich nicht mehr. Wupp. Wir brauchen dich nicht mehr. Wir können auch gleich dafür sorgen, dass der gute Nährgigante ein bisschen EXP bekommt, weil ich habe noch ähm, durch diese goldenen Dinger, goldenen Bauten, durfte ich auch noch einmal gegen den Nährgigante kämpfen. Oh, und gegen den Brachhidos anscheinend. Und jetzt sind wir Stufe 40. Und der Gigante Stufe 18. Und? Bogen schon Stufe 21. Zwei neue Games Lots. Perfekt. Habe ich, was habe ich gerade angenommen? Terga, gut. Nein. Nein. Fest abbrechen. Okay. Gott sei Dank. Ja. Dann machen wir noch gleich paar Gene. Und dann geht es schon los auf die Suche nach Racy Graterzeug, weil, ja. Warum nicht? Hauptstoryzeug. So. Wir haben leider noch keine Möglichkeiten, die Gene von ihm weiter freizuschalten. Etwas schade. Äh. Und hier Gesundheitsgen. Ach, ja. Das ist ja... Ah. Das tut weh. Das tut in der Seele weh. Wir haben jetzt kein Doppel... Aber wir haben halt kein... Wir könnten es hierhin machen. Dann haben wir hier rechts ein Doppelgehen, sobald er höher ist. Das klingt... Das klingt gut. Boom. Wollen wir das da? Schutzgehen. Nur manchmal, aber warum nicht? Und Wildschlag. Äh. Ja. Machen wir das Schutzgehen noch an. Einfach hier. Ich meine, Schutzgehen gelingt doch gut. Zack. Dann können wir noch ein paar Verbesserungen machen. Vielleicht. Schutzgehen erhöhen. Da 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 da. Da 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 da. Easy. Haben wir hier noch ein... Oh. Genau. Ja, hier. Das werden wir vermutlich nicht verwenden können, ja. Das hier. Auch nicht. In dem Fall fehlt uns noch eine Sache. Haben wir noch irgendein anderes mit dem gelben Gen zufällig? Also außerdem Sinoke, ich glaube nicht. Gut, dann obfangen wir noch den Sinoke hier. Okay, vor Schluss könnten wir natürlich auch nur zum anderen was machen. Ja, und zum anderen. Haben wir jetzt hier die Bingo's hier zu vervollständigen für... Ja, Power wäre auch nicht schlecht. Beim Ashtalos. Ashtalos, was da los? Zack. Genau. Die einzige Sache, die jetzt noch fehlt. Und dann sind wir fertig. Oh, wir könnten den auch kurz anschauen. Schutzgehen. Ach, Schutzfilm ist zwei. Oh, interessant. Überfall, letzter Kampf, Stechklauen. Ja, nix Wichtiges. Und bei ihm? Heilungsgen plus zwei. Ach, selbst hat. Was ist das? Ach. Das vom Arzuros. Oh. Gesundheitsgen? Maximale TP etwas. Und wir haben Gesundheitsgen plus drei, Ja, dann ist das Zeug hier unwichtig. Na gut. Dann haben wir jetzt unser theoretisch Endteam. Noch ein bisschen ein Genfallen und andere Sachen. Und dann perfekt, oder? Schönes Team, muss ich sagen. Ich hätte nichts dagegen, den Rat herauszuschmeißen, können wir aber leider nicht. Und stattdessen halt den, ähm, den, den Elfenbeinlagiacus. Wobei man dann halt drei Elektromonster hätte. Eieiei. Was dann vielleicht nicht so optimal wäre. Na gut. Dann würde ich sagen, geht's auch schon los. Und dann machen wir die Hauptquest. Vielleicht kriegen wir hier noch irgendwas nebenher hin. Schöner Magen, das ist ja eigentlich von, von den Käferpiechern. Und der Rest wird nicht so easy. Anscheinhaft Nachahmung, äh, eine Anscheinhaft bringen, äh. Ja, wir haben so ein paar doofe Quests noch. Würde ich aber hier auch sagen, holen wir uns das Trainings Gebet. Ähm, opfern was anderes. Ich hab extra ein Finderamulett genutzt, dass ich bessere Gene bekomme. Aber ich denke mal, jetzt wird vermutlich mehr Schaden zum Beispiel. viel mehr, es gibt jetzt momentan mehr sind. Sag, sag. Und dann können wir noch ganz kurz zum Schmied und dann sind wir bereit für Storyzeug. Aber ja, jetzt haben wir den Gigante. Und das finde ich wunderbar. Volles Team. Endlich. Was gibt's hier? Pass auf. Ich hab nicht extra noch gefarmt. Ich hab nur per Zufall noch ein paar Monster bekommen, die wir brauchen. Dann können wir den hier jetzt einmal verbessern. Und schauen wir mal. Nicht nochmal, aber nur weil uns ein paar Gigante Sachen fehlen. Alles klar. Und hier, ja, Acelos hab ich auch nicht gefunden. Aber vielleicht müssen wir noch gegen solche kämpfen. Und sind die auch verbessert. Lust zu verbessern können wir leider nicht, weil wir hier immer noch diese Drachentotbären brauchen. Die gibt's laut jemanden, der mir dazu was in dem Livestream geschrieben hatte. Erst nach der Normalstory. Weshalb das etwas doof ist, aber hey, kann man nichts machen. Also, Hard Sky Felsen Hügelkrater. Geh mal da mal zuerst hin. Hard Sky hier. Auf zum Hügel, Die Hülle, die zum Gratow führt, liegt irgendwo. Wisst ihr was? Ich glaub, da können wir hier gerade fliegen. Mal mit dem Acelos. Ja man, und wie wir das können. Ob ich da hinlaufe. Wir können uns auch währenddessen ein paar andere Kisten holen. aber die sind mir jetzt erstmal egal. So. Ha. Ist das? Da ist ein Legianer. Das ist Alvin. Oh. Hey du. Da ist noch jemand anderes. Okay. Alvin, es ist so good zu sehen. Ich sehe dich wieder. Ja. Es ist viel zu lange, Enna. Es sieht aus, dass du alle gut bist. Du und Ratha sind in meine Gedanken seitdem du verlassen hast. Du wirst nicht mehr von mir wissen. Der Scrivener hat ihn verletzt. Und wir verletzten ein paar weirdos. Es ist ein schwerer Rennen. Im Endeffekt, es war Ratha, die uns geholfen hat. Er kann jetzt fliehen und alles. Ich habe ihn gesehen. Er hat einen langen Weg von diesem wunderschön, der nicht so lange hat. Alwyn, wir zurückkommen, um weiter zu investigieren. Mhm. Ich verstehe. Die Licht, die aus den Wunderschön, hat sich verändert. Die Vilder sind Angst, dass es ein Schmerzen ist. Die Wunderschön sind nicht ein natürliches Phänomen. Wie Red hat gesagt, es gibt ein Monster in der Mitte. Ja. Er hat sich selbst gesagt, Red war richtig. Wenn Zellert das gehört hat, er hat es sich selbst zu investigieren. Ich verstehe. Wer sind deine Schmerzen? Das ist Kyle und sein Power-Code Tsukino. Kyle ist ein Schmerzer. Sie helfen uns in die Pits schauen. Salutations. Du wirst nicht sie nicht schocken, Paul? Ich, ähm... Ich muss diese Zeit passen. Der Pits ist einfach hierher. Ich möchte dich selbst anziehen, aber... Ich werde da sein. Du fühlst dich mit seinem Unterstützung zufrieden? Ah... Du hast die Kraft des Kinschipps auf deinem Seite. Oh... Aber natürlich. Na dann... Rein da! Na... Wer war denn da noch? Da war noch eine andere Figur. Wo sind wir jetzt? Wir sind... Wir... Ah... Lol... Lol... Wir sind einfach vorgeskippt. Crazy. Ah... Da bin ich jetzt wieder raus? Oh... Ach... Wer bist du denn? Oh... Torn... Gassenfache. Äh... Der will den Grad untersuchen. Aha... Interessant. Na gut, dann... Geh mir hier wohl durch. Ich werde das auch wieder zum... Nargacuga wechseln. Da wäre ja... Sicherlich... Kein Stress mit anderen Monstern haben wollen. Die Billow-Fiecher würden die eh zerstören. Wobei... Genau deswegen ist es ja... Oh... Ist ein Special Rot. Hallo? What the fuck? Okay... Ist das mega krass oder so? Die kleinen waren glaube ich Geschwindigkeit. Da mache ich mal... Ach musst du... Weißt du... Schocki? Oh... Aber genau jetzt solltest du doch Stachelbombe machen. Und jetzt machst du es nicht oder was? So... Und hier... Kraft gegen den Kollege. Eieieiei... Schlimm, oder? Ob die jetzt super viel aushalten? Ich habe jetzt nicht geschaut, ob ich schneller Finish machen kann. Vermutlich nicht. Oh ja... Die sind immer einiges stärker. Mach du mal nochmal... Da-da... Und weißt du was? Dann gehe ich... So... Auf euch... Oh ja... Stachelbombe... Zack... Und die sind damit erledigt. Wunderbar. Ich bin der Nagi-Kandel kämpfen lassen, aber das ist momentan glaube ich keine so gute Idee. Der ist auch nicht ganz so hoch von der Stufe. Ja... Oh Baby... Mh... Zerstörung! Zack, zack! Boom! Ja... Ja... Der Rest sollte easy sein. Hypervakuum, oder? Ja... Kein Problem für uns. Und jetzt... Können wir das, was wir über die Jahre... Über die paar Folgen... Gelernt haben... Anwenden. Schallbombe! Was? So viel dazu! So viel dazu! Zurück zu! Mann wie dumm! Alles ob! Oh... Das ist ja Geschwindigkeit... Aua! Dann... Mach du mal... Oh! Durchgelaufen! Uuuu... Du du duu... Zack! Uiuiui... Zünder! Sieht cool aus! Ah... Fast zu Boden gehauen! Egal, jetzt reiten wir! Das heilt uns auch nicht ganz voll! Ich weiß nicht, wie viel das eigentlich so heilt! Was da so die... Das normale ist! Aber sie gehen relativ schnell kaputt immerhin! Jetzt bin ich aber gespannt, wie viel EXP die geben! Ja... Ne Gigantin paar Stufen hoch! Super, super krassen sie nicht! Aber auf jeden Fall stärker als davor! Oh... Also ein Grund für uns einfach nicht kämpfen zu wollen! Einfach durchzurennen! Ähm... No... Vor allem vor dem habe ich Schiss! Es ist... Es ist ein Großchuggi! Gegen den haben wir keine Chance! Großchuggis sind die krassesten Monster! Und ich bin hier leider falsch! Stimmt nicht! Wir haben ja zum Glück noch einen Sinope! Ups! So! Dann können wir jetzt... Easy doch! Was das hier für ein großes... größtes Monster geben wird! Bei dem Krater! Oder vielleicht müssen wir hier ja gegen... wieder so einen komischen Tentakel kämpfen! Ja... Auch eine Möglichkeit! Lol... Monodlos! Wir sind hier aber auch falsch! Na gut! Immerhin gibt es ja Loot! Stoßen da plus 2! Wobei... Dann will ich auch wieder... den Talisman! Oder? Schauen wir uns mal kurz den Stoßen dann an! Aber wenn wir zur Gewehrlanze wechseln... dann sind wir defensiver... Aber... Wir haben zwar eine... Aber das stelle ich mir jetzt nicht so krass vor den Talisman! Wo müssen wir... Hier gibt es noch... einen Weg! Hallo Rathian! Du stehst etwas dumm! Nein! Man kann hier runter! Warum? Rathian, ich verfluche dich! Lass mich vorbei! Danke! Wir warten mal an das... Oh! Scheint es gut zu gehen, naja! Dann müssen wir Ultura aufhalten! Sind wir da jetzt da? Noch nicht? Ich glaube so langsam erinnere ich mich wieder an den Ort! Wenn wir jetzt vorgehen und dann links... Sonst sind wir auch schon da! Oder? Na... Unsicher! Ich erinnere mich nur halb! Da können wir die Kiste holen, aber... ganz ehrlich... Das bisschen Loot ist mir jetzt tatsächlich egal! Es gibt ja auch schon Tigrex! Krass! Und hier gibt es echt böse Monster! Und da... Oh! Es ist lila! Es ist lila! Coole Farbe! Ich bin gespannt! Was kommt jetzt auf uns zu? Aha! In der Katze ist es rot! Gut! Hey! Intel spottet, Kyle! Scratch Marks! Hm! Ist auch... Sehr heiß! Oh! Glavinus! Cool! Miau! Was? Es ist Rage-Rage! Was ist das? Was ist das für ein Typ, Cybert? Kraft vielleicht? Kann ich mir vorstellen? Kraft oder Technik? Geschwindigkeit glaube ich jetzt nicht, aber wer weiß! Bist du okay? Kyle! Battle Stances! Okay! Bist du bereit für das? Ja man! Let's go! Zerstörung! Miau! Also was bist du für ein Monster? Was bist du für ein Monster? Anzulegen ist halt verloren, wenn du mich fragst. Echt jetzt? Alter, ihr Gesicht! Oh! Okay, okay! Wenn ich jetzt... Können wir erstmal nur testen, oder? Oh! Kraft ist er! Okay! Am Anfang jedenfalls! Das kann sich noch ändern! Wenn am Anfang Kraft ist, dann... Ja, testen wir mal damit weiter! Er greift jetzt auf mich an! Ach! Monsti! Teube! Schau mal, ob wir ein Lähm können! So! Doppelankel! Äh, auch nicht gut der! Aber es ist egal! Jetzt fokussiert er nicht mehr auf mich! Jetzt kann ich das machen, was ich machen will! Mit Blutsaugen! Stell ich mir cool vor! Tag! Warte! Sonntagsregern! Ach so, ja! Genau! Oh! Er wird... Hot! Hot! Er macht jetzt andere Angriffe, oder? Denke ich mal! Lassen wir mal unsere Naga Kruger drin! Einfach um zu schauen, was jetzt kommt! Jetzt kommt Geschwindigkeit, okay! Oh! So, Kollege brennt! Die brennen beide! Gar nicht gut! Du hast doch bestimmt... Ne, hast du nicht! Na, dann müssen wir wohl auswechseln! Mir so zu, das sollte dein Natural Counter sein, oder? Mit was, oder? Dann versuchen wir mal unser Glück! Oh! Der Schweif ist einfach gar nichts gut! Als ob... Als ob... So, Kyle heizt sich schön mit den Angriffen, was ich super finde! Wir brennen, was ich nicht super finde! Eieiei! Aua! Wir helfen unserem Kollegen, um uns schön zu halten! So, Schweif ist kaputt! Er liegt auf dem Boden! Ja, geil! Dann auf den Kopf! Uh! Schnell noch los! Oh! Der Damage! Und einen schönen effektiven Wasserangriff! Oh! Er ist noch da! Er macht aber keinen speziellen Angriff auf uns! Oh! Nice! Tzack! Sehr effektiv! Und den easy Kampf mit Elementvorteil! Weiß es so was gibt! Sind wir jetzt auch schon fast voll! Oh! Na dann! Oh yeah! Mh! Jetzt können wir endlich die Verbrennung weg machen! Oh! Ich dachte es gibt keine Schweifangriffe mehr! Das ist auch ein Schweifangriff! Äh! Das super auf geilste Schwanz kann explosive Angriffe abfahren! Ja, aber warum? Wir haben den noch kaputt gemacht! Ihr Lügner! Mann! Na dann Bindungsfähigkeit! Zack! Gar kein Problem hier! Oh! Wenn er wenigstens uns angreifen würde! Oh! Jetzt macht er wieder Technik! Okay! Mhm! Ich weiß halt nicht wen er angreift genau! 10-Rocke kann nun mal raus! Und dann muss ich... Wird er uns zufällig angreifen? Ja, nein! Finden wir es da Rache aus! Was das ist? Achso! Wir könnten ein Siegelbein machen! Oh! Genau! Jetzt macht er sowas! Na gut! Egal! Wir wollten eh gleich das Jahr... Äh! Die Gunlands auswechseln! Au! Okay! Jetzt greift er uns an! Du mich auch! Schau mal was das damit auf sich hat! Eigentlich sollte ich ja heilen! Weil er kann wieder Doppelsachen angreifen! Dann mache ich das jetzt auch! Er würde mir jetzt sehr weh tun! Zack! Au! Genau! Hat er gerade nicht! Hm! Gut! Oh! Oh! Baby! Na ja! Oh! Schon wieder! Ich glaube! Ich glaube! Wir sollten das ganz gut hier hinbekommen können! Bis dahin läuft's! Läuft's jedenfalls ganz solide! Dann... Ja! Dann müssen wir wohl es damit versuchen! Könnten wieder... Cool boosten! Loot saugen! Was ich ja unser Kollege auch gut heilen kann dann! Zack, zack, zack! Und ja! Let's go! Ich mache den Skill! Der ist ziemlich gut! Thanks! Ach! Er ist paralysiert! Ja lol! Easy! Mal schauen, ob er durchkommt! Ich hoffe es nicht! Hahaha! Opfer! Hahaha! Ha! Opfer! Hahaha! Hop! Okay! Easy! Paralyse ist so gut einfach! Unglaublich gut! Er will immer seine Flamchaka machen! Was sicherlich nervig ist! Hmhm! Ha! Easy! Du bist ziemlich stark! Zack! Eine gigantische Stufe zu... 29! Da 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 da! Da 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 da! Okay! Oh! Okay! Oh! Okay! Okay! Na dann! War das der erste Pit! Na dann! Den wir damit... Erfolgreich! Durchgeschaut haben! Hey Alwyn! Warst du für uns wartet? Natürlich! Ich war über dich! Was ist die Situation? Wir haben eigentlich ganz schön viele gefunden! Was ist das, du hast das. Und dann wir fragen! Wir haben einget李! Du bist �ifalt! Das ist von Lenny! Bravely shielded Anna! Heroic! 10 out of 10! Positively claudatious! Ist das wahr? Ich habe was gefriert müssen! Nein, das ist vergessen! Das war zu tun! Du bist absolut in der Lage! Du bist nur an der Seite der, Fraune,urel! Aufwand! Du hast meine Dank! wir müssen unsere zeit ja gut dafür nutzen also das gefühl dass die dafür sorgen wird dass wir überleben wenn ich irgendwas von storytelling bisher verstanden habe weil das ja mehr oder weniger die sache ist die sie sich zur aufgabe genommen hat dass er auf uns aufpassen kann das ist meine prediction aber ja bisher war ich immer relativ nah dran an dem was tatsächlich passiert ist einfach weil ja irgendwie ist es ja schon offensichtlich wenn ich ehrlich bin bist du monoblos als königes monster hier okay na gut aber dann war das ein teil der quest ich würde sagen wir haben jetzt mal kurz noch mal zur stadt ab doch nur t und dann ja falls euch gefallen hat abonnieren und liken ja unten ist kurz aber ist auch eine beschreibung ich denke mal ich würde jetzt erstmal die folge beenden und wir sehen uns dann beim nächsten mal wenn wir das story weitermachen also ciao